Du bist Unternehmer und verkaufst hochpreisige und vielleicht sogar erklärungsbedürftige Produkte wie zum Beispiel Küchen, Terrassenüberdachungen, Bäder, Solaranlagen oder ähnliches und möchtest Anfragen einfach planbar und automatisiert gewinnen, ohne den ganzen Tag Kaltakquise machen zu müssen oder auf Empfehlungen von Kunden zu hoffen? In den nächsten 5 Minuten erkläre ich dir, warum die Konkurrenz dich langfristig abhängen wird, wenn du dich nur auf Kaltakquise und Empfehlungen verlässt und wie du stattdessen mit der einfachen In3S-Methode die Interessenten dazu bringen kannst, mit dir zusammenzuarbeiten, obwohl sie dich kurz davor gar nicht kannten. Mein Name ist Marvin Flänche und in den letzten 12 Monaten haben mein Geschäftspartner Alexander Thieme und ich die A&M Unternehmerberatung GmbH gegründet und dabei über 100 Unternehmern dabei geholfen, automatisiert und online qualifizierte Anfragen zu gewinnen. Das heißt, ohne dabei Kaltakquise oder Empfehlungsmarketing nutzen zu müssen. Du kennst das bestimmt, du willst eigentlich wachsen und neue Kunden gewinnen, hast aber immer Probleme damit, sie richtig anzusprechen und sie dementsprechend auch zu überzeugen. Und du willst dich eigentlich zu 100% auf die Kunden konzentrieren, die du bereits hast, musst aber trotzdem den ganzen Tag Leute anrufen, um neue Kunden zu gewinnen und du hast vielleicht auch schon ein bisschen mit Werbung oder Facebook und Online-Werbung rumprobiert, aber dir fehlt einfach dieser klare Leitfaden. Was hat man dir bisher alles erzählt? Du sollst den Leuten erstmal kostenfreien Mehrwert bieten, viele sagen, dass du mit genug Anstrengungen in Form von Anrufen und von Betteln um Empfehlungen schon Kunden gewinnen wirst und wieder andere behaupten, dass es nur auf das Produkt ankommt und wenn das gut ist, dann wird es sich schon verkaufen. Wie ist das so? Was hat es dir bisher gebracht? Wahrscheinlich nichts oder wenig. Und du hast wahrscheinlich auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, automatisiert Kunden zu gewinnen, obwohl dein Angebot wirklich gut ist und besonders, dass die Kundengewinnung so überhaupt nicht planbar ist. Du hast zwar erste Ergebnisse gesehen, aber wenn du so weitermachst, wirst du unmöglich so viele Anfragen generieren und Menschen helfen können, wie du es dir vorgenommen hast und ohne dich dabei auch zu Tode zu arbeiten. Am meisten enttäuscht warst du einfach darüber, dass die Werbung überhaupt nicht funktioniert hat. Ist dein Produkt vielleicht einfach gar nicht für das Internet geschaffen? Fakt ist, so kann es gar nicht funktionieren. Und das ist auch gar nicht deine Schuld, denn da draußen wollen die Leute einfach gar nicht, dass du erfolgreicher wirst, weil sie dann selbst etwas vom Kuchen abgeben müssten. Und die Wahrheit ist, es geht eigentlich viel, viel einfacher mit der simplen Indra-Ess-Methode. Die macht es nämlich möglich, täglich 10, 20 oder sogar 50 Anfragen von Menschen zu generieren, die alle mit dir zusammenarbeiten wollen und dein Angebot nutzen wollen. Und genau darum geht es bei der Indra-Ess-Methode. Diese Methode sorgt dafür, dass du in drei einfachen Schritten Menschen, die grundsätzlich an deinem Angebot oder deinem Produkt oder deiner Dienstleistung interessiert sind, in zahlende Kunden zu verwandeln. Und das funktioniert sogar, wenn sie dich davor noch gar nicht kannten und noch nie was mit dir zu tun hatten. Der erste Schritt dabei ist, dass du sie mit dem Problem, was sie haben und was deine Dienstleistung und dein Angebot löst, infizierst. Dafür steht das erste IN. Schritt 1 ist also das Infizieren. Dabei machst du ihnen klar, dass das Problem besteht und schaffst sozusagen den Wunsch nach einer Lösung. Das heißt, diese bringst du dann im zweiten Schritt, nämlich dem Informieren, an. Ja, und in diesem Schritt erklärst du dann, wie sie das Problem wirklich lösen können, beziehungsweise wie dein Angebot das Problem löst. Ja, und positionierst dich damit automatisch auch als Experte. Ja, und damit bereitest du dann den dritten Schritt vor, nämlich das Involvieren. Ja, in diesem involvierst du dein Angebot oder deine Dienstleistung in die Problemlösung des Interessenten. Und glaub mir, wenn du den Menschen zuerst richtig infizierst und dann informierst und dich damit sozusagen als Experte darstellst und ihm dann zum Schluss ein Angebot machst, indem du deine Lösung einfach vorstellst und ihn somit involvierst, ja, dann wird er das Angebot liebend gerne annehmen. Das heißt, du musst ihm also als erstes das Problem erstmal klar machen, ja, und infizieren und dann ihm die Lösung zeigen und ihn informieren, ja, und dann im dritten Schritt in deine Lösung involvieren. Die In3S-Methode funktioniert immer, wenn du sie richtig umsetzt, ja, und jetzt stell dir mal vor, du würdest diese Methode richtig umsetzen und jeden Tag würden sich Dutzend Menschen bei dir melden, um mit dir zusammenzuarbeiten und deine Angebote zu kaufen. Ja, du hättest so viele Anfragen, dass du dir selbst aussuchen könntest, mit wem du tatsächlich zusammenarbeiten möchtest und hättest wirklich nur noch richtige Traumkunden, ja, du müsstest also keinem mehr hinterherrennen, sondern die Leute würden bei dir Schlange stehen und das Beste daran ist, du könntest dich wirklich zu 100% darauf konzentrieren, deinen Kunden wirkliche Ergebnisse zu liefern und müsstest nicht mehr den halben Tag mit lästiger Kaltakquise oder dem Betteln nach Empfehlungen verschwenden, ja. Und wenn du jetzt herausfinden willst, wie du die einfache In3S-Methode für dich und dein Unternehmen anwenden kannst, dann habe ich jetzt etwas Besonderes für dich. Mein Team und ich bieten aktuell kostenfreie Beratungsgespräche an, in der wir wirklich zusammen sehr persönlich und eins zu eins auf dein Unternehmen und deine Dienstleistung oder dein Angebot schauen und schauen, wie du die In3S-Methode dann für dich umsetzen kannst. Wenn du diese Chance wahrnehmen willst, dann klicke jetzt hier über oder unter dem Video auf den Link, ja, kommt darauf an, wo du dieses Video gerade siehst, aber ich bin mir sicher, du findest den Link und danach kommst du auf eine Seite, ja, wo du dir einen Termin für ein kurzes Erstgespräch aussuchen kannst, ja, und in diesem wird dann mein persönlicher Assistent dich anrufen und eben genau herausfinden, wie wir dir helfen können und ob wir dir helfen können. Und wenn er dann feststellt, dass wir dir helfen können, dann macht er mit dir direkt einen Termin aus mit einem unserer Experten und in diesem Termin erfährst du dann ganz genau, was du für dein Unternehmen umsetzen kannst und wie wir dir dabei helfen können. Ich spiele hier auch gern mit offenen Karten. Am Ende dieses Gesprächs wird der Experte dir auch ein Angebot machen, dass wir das zusammen umsetzen können und ob du das Ganze dann am Ende annimmst, ist dann am Ende deine Entscheidung. Du wirst aber auf jeden Fall eine Menge Mehrwert aus diesem Gespräch mitnehmen und wissen, wie du die In3S-Methode für dein Unternehmen umsetzen kannst. Solange du dieses Video hier noch siehst, bieten wir diese Beratungsgespräche noch kostenfrei an, ja. Klick jetzt also einfach auf den Link hierüber oder unter dem Video und melde dich kostenfrei an. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.